Zu einer neuen Tappi-Folge und zwar dieses Mal stelle ich euch Tappi-Jump vor und ja, das ist halt so ähnlich wie Doodle-Jump, dann kann man auch andere Sachen machen und ja, zeige ich euch mal, dass es gut geht und ja, und zwar, man hebt einfach so ein bewegter Handy, damit man halt das hört und wenn man drauf drückt, dann hüpft man höher, ja, da hat man auch schon Menschen, wo man sich, wo man halt auch was kaufen kann und so. Ey, und ich habe den letzten Score geschafft, ja, ah, Spinner, da muss ich aufpassen, weil ich bin in die Küche nicht. Äh, genau, die Spiegel rein. Na gut. Und, ja, man hat schon wieder dann eine Werbung. Ja, wie immer, die Werbungen sind nervig. So, jetzt spielen wir einfach nochmal. Und ja, da gibt es natürlich auch so Sachen zum Kaufen. Und ja, cool, man kann natürlich auch, man kann alle auf einmal nachkaufen. Die gibt es alle. Und ja, vielleicht kaufe ich mir die mal. Dann hat das auch so abgeräumt. Dann ist es mir ein bisschen anders, wie bei den anderen Spielen. Vielleicht kaufe ich mir da mal was. Aber ich habe leider wenig, wenig Geld für das. Also, ich habe nur 31, also. Ja, weil ich meine, dass man vor kurzem noch irgendwas gekauft hat. Sowas da habe ich mal gekauft. Aber ja, das brauche ich jetzt nicht. So, ich habe mal, dass wir mir Münzen sammeln, damit wir mir mal was kaufen können. Äh, das war jetzt nicht so gut. So, nochmal. Und ja, es kommt für mich eine Werbung. Die kommt jedes Mal, wenn ich da sterbe. Und ja, und ich will da weiterspielen. Ey, lass ich mal einfach spielen. Nämlich. So. Schau mal, dass wir mal höher kommen. So, höher wie das letzte Mal bin ich auch dran. So, ja. Ja, jetzt haben wir mich auch gleich. Nichts mehr ein. Yay, Rakete. Das ist gut. Man hört es gar nicht, ich habe mich geschaut. Yay, man hört es gar nicht. Gut. Nichts gut. Tja, das war jetzt mein neuer Hesker. Ja, neuer Rekord. Ach, die Werbung hat. Für 4.650 wäre schon mal recht gut. Äh. So, und jetzt schau ich, das ist neuer Hesker. Hä? Was ist jetzt? Oh. Oh oh, das ist ein Fehler. Ey. Warum ist das so weit? Oh oh. Das ist nicht gut, oder? Was? Dieses Spiel hat ein Fehler. Nein, 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 nein. Ich habe mich gesetzt. Ey, wir spielen. Lass mich spielen. Äh. Ah, das dauert immer so eine Ewigkeit. Jetzt geht's wieder. Warum das so weiter? Keine Ahnung, das war sich jetzt nur so ein Fehler, aber ja, normalerweise hatte ich das noch nie bei diesem Spiel. Bei einem anderen Spiel hatte ich das schon mal, aber... Und ja, bei der Schleppland hatte ich das auch schon mal, also da waren die immer so schwarze Flecken, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin ein Mühlenkipp. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt nicht... Äh, ich will es tun. Ach, und jetzt kommt hier so eine Werbung. Warum ist das eine Werbung? Letzt auf, das nervt. Ja, schauen wir mal weiter. So. Schauen wir mal, dass wir dann in den München kommen. Äh. Mir ist das nicht gekommen. Äh. Nein, nein. Fuck. So. Äh. Das muss ich holen. Yay. Jetzt kommt nur viele Menschen. Juhu. Mein letzter Score. Yay. Jo, Stern, der beschützt mich. Kann ich das bisschen tun? Wow, bin ich gut. Yay, noch schon wieder ein neuer Hardcore. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Ja. Ich finde das Mühlenkipp, dieses Mal. Yay. Hm. So. Gucken wir mal. Ja. So, ich muss jetzt mal ein bisschen höher kommen. Äh, ich meine, der München-Sonde. So. Ja, aber so sind ja keine. Ah, da, kommen wir. Kommen wir jetzt wieder. So. Yay, ich bin schon in den München. So. Yay, Rakete, der ist immer gut. Oh, ich kann auch da rein. Tja. So, ich bin schon fies. Na gut. Wir haben noch immer zu wenig. 52 erst. Und ja. Äh, ich will spielen. Und ja. Spielen wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, dass wir so ein bisschen höher kommen. Yay, Rakete. Äh. Och, nö, nö. Ein Münster. Ja, die Werbung nervt. Kann ich die in den Jahr schalten? Warte, ich probiere es dann beim nächsten Mal. Äh. Wir spielen. So. 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 Ja. Oh. Ich probiere mal, die Werbung aufzuschalten. Äh. 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 Nervt nicht. Fast, geh mal auf dem Menü. Äh, ich bin zurück. Nervt nicht. Lass mich zurück. Warum hängt das da und da um? Äh. Passt. So. Und. Ha, es kommt schon wieder so eine Nervung. Das will. Das ist so nervig. Ja. Das ist komplett aufsichtlich. So, müssen wir mal hier für die Anstallungen. Ne, das kann man nicht. Das kann man nicht einstellen. Das ist ja voll doof. Ah. Ja. So. Na gut. Vielen Dank. Was mit dem Video mit Körperjump? Ja. Ich bin das. Ich bin echt cool. Ich fühle das Einzige, was habe ich gehört, von den Werbungen. Aber, ich glaube, wenn man das Internet ausschaltet, oder wie lang, dann sind da echt keine Werbungen da. Aber, ja. Ja, man sollte es ausschalten. Dann sind wir weg, dann kann man keine. Ah, ja. Und, ja, sonst ist es ein gutes Spiel. Und, ja, und. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gib mal bitte einen Daumen hoch. Also, das würde ich mich sehr freuen. Und, ja. Wir sind jetzt dann bei der nächsten Tappi-Folge. Und, tschüss.